In dem Beschluss heißt es, die Welt kann bleiben, wie sie ist, wenn genügend gute Menschen gefunden werden, die ein menschenwürdiges Dasein leben können. Jetzt bleibt nur noch die Prostituierte Shanté. Sie kann nicht Nein sagen. Du bist zu gut, Shanté. Wenn du deinen Laden behalten willst, musst du die eine oder andere Bitte abschlagen können. Sag doch, er gehört dir nicht. Sag, er gehört einem Verwandten. Ein Vetter zum Beispiel. Ich bin der Vetter. Mein Name ist Shuita. Ich aber bin ein Flieger. Was weißt du von Liebe? Alles. Nichts. Die Liebkosungen gehen in Wirkung über. Der Laden ist weg. Er liebt nicht. Das ist der Ruin. Ich bin verloren. Sieben Elefanten hatte Herr Jin und dann war da noch der Achte. Sieben waren wild und der Achte war zahm und der Achte war's, der sie bewachte. Was hast du mit unserem guten Menschen von Sechuan gemacht? Lasst mich euch die furchtbare Wahrheit gestehen. Ich bin euer guter Mensch.